Die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz Gelesen von Uwe Daufenbach Einleitung Die Teuteken Vor tausenden von Jahren waren die Teuteken überall in Südmexiko als Frauen und Männer des Wissens bekannt. Anthropologen haben die Teuteken als eine Nation oder Rasse bezeichnet, doch in Wirklichkeit waren die Teuteken Wissenschaftler und Künstler, die sich zu einer Gesellschaft zusammenschlossen, um das spirituelle Wissen und die Praktiken ihrer Vorfahren zu erforschen und weiterzuführen. Sie fanden sich als Meister, Naguals und Schüler in Teotihuacan ein, der alten Pyramidenstadt, bekannt als der Ort, an dem der Mensch zu Gott wird, in der Nähe von Mexiko City. Im Laufe der Jahrtausende sahen sich die Naguals gezwungen, das überlieferte Wissen zu verheimlichen und seine Existenz im Verborgenen lebendig zu halten. Die Ankunft europäischer Eroberer und der wuchernde Missbrauch persönlicher Macht bei einigen der Nagual-Schüler machten es erforderlich, das Wissen vor denjenigen zu verbergen, die nicht darauf vorbereitet waren, es weise zu benutzen, oder die es unter Umständen absichtlich für ihren persönlichen Nutzen missbrauchen würden. Glücklicherweise wurde das Wissen in verschiedenen Nagual-Linien bewahrt und von Generation zu Generation weitergegeben. Obwohl dieses Wissen jahrhundertelang hinter einem Schleier des Geheimnisses verborgen war, haben alte Prophezeiungen die Ankunft eines Zeitalters vorhergesagt, in dem die Rückgabe des Wissens an die Menschheit erforderlich werden würde. Heute ist Don Miguel Ruiz ein Nagual der Eagle-Knight-Linie, derjenige, der dazu angeleitet wurde, die kraftvollen Lehren der Tolteken mit uns zu teilen. Das toltekische Wissen entspringt derselben Quelle der ursprünglichen Wahrheit wie alle heiligen Traditionen überall auf der Welt. Obwohl es sich bei dieser Lehre nicht um eine Religion handelt, ehrt sie alle spirituellen Meister, die im Laufe der Geschichte auf der Erde gelebt und gelehrt haben. Während die Weisheit der Tolteken den Bereich des Spirituellen mit einbezieht, kann man sie am zutreffendsten als eine Lebensart beschreiben, die sich vor allem durch die leichte Erlangung von Glück und Liebe auszeichnet. Smoky Mirror Vor dreitausend Jahren gab es einen Menschen, jemanden wie sie und ich, der in der Nähe einer Stadt lebte, die von Bergen umsäumt war. Der Mensch studierte, um Medizinmann zu werden und das Wissen seiner Vorfahren zu erwerben, doch stimmte er nicht vollständig mit allem überein, was er lernte. In seinem Herzen spürte er, dass es noch etwas anderes geben musste. Eines Tages, als er in einer Höhle schlief, träumte er, dass er seinen eigenen Körper schlafen sah. Er verließ seine Höhle und fand sich in einer Neumondnacht wieder. Der Himmel war klar und Millionen von Sternen strahlten auf ihn herab. Plötzlich geschah in seinem Inneren etwas, das sein Leben unwiderruflich veränderte. Er schaute auf seine Hände, er spürte seinen Körper und er hörte seine eigene Stimme sagen, »Ich bin aus Licht, ich bin aus den Sternen geschaffen.« Er schaute wieder zu den Sternen auf und erkannte, dass es nicht die Sterne sind, die das Licht kreieren, sondern dass vielmehr das Licht die Sterne erschafft. »Alles ist aus Licht gemacht«, sagte er, »und der Raum dazwischen ist nicht leer.« Und er wußte, dass alles, was existiert, ein lebendiges Wesen ist und dass das Licht der Bote des Lebens ist, da es lebendig ist und alle Informationen enthält, die es gibt. Dann erkannte er, dass er, obwohl er aus Sternen bestand, nicht dasselbe wie diese Sterne war. »Ich bin jemand, der zwischen den Sternen lebt«, dachte er bei sich. Also nannte er die Sterne Tonal und das Licht zwischen den Sternen Nagual und er wußte, dass das, was die Harmonie und den Raum zwischen den beiden erschuf, das Leben oder die Absicht ist. Ohne Leben könnten Tonal und Nagual nicht existieren. Das Leben ist die Kraft des Göttlichen, des Höchsten, des Schöpfenden, das alles erschafft. Dies ist, was er entdeckte. Alles, was existiert, ist eine Manifestation der einzigartigen lebendigen Wesenheit, die wir als Gott bezeichnen. Alles ist Gott. Und er kam zu dem Schluss, dass die menschliche Wahrnehmung lediglich Licht ist, das Licht wahrnimmt. Dann sah er, dass Materie ein Spiegel ist. Alles ist ein Spiegel, der Licht reflektiert und Bilder jenes Lichtes abzeichnet. Und dass die Welt der Illusion, der Traum genau wie Rauch ist, der unseren Blick verschleiert und uns nicht gestattet, zu sehen, wer und was wir in Wirklichkeit sind. Unser wirkliches Wesen ist reine Liebe, reines Licht, sagte er. Diese Erkenntnis veränderte sein Leben. Nachdem er einmal wußte, wer er wirklich war, betrachtete er die anderen Menschen und den Rest der Natur und verspürte großes Erstaunen über das, was er sah. Er sah sich selbst in allem, in jedem Menschen, in jedem Tier, in jedem Baum, im Wasser, im Regen, in den Wolken, in der Erde zu seinen Füßen. Und er sah, dass das Leben tonal und nagual auf unendlich verschiedene Weisen verbannt, um Billionen von Manifestationen des Lebens zu erschaffen. In jenen wenigen Augenblicken verstand er alles. Er war sehr aufgeregt und sein Herz war von Frieden erfüllt. Er konnte es kaum erwarten, seinem Volk zu berichten, was er entdeckt hatte. Doch es gab keine Worte, mit denen er es hätte erklären können. Er versuchte, den anderen von seinem Erlebnis zu berichten, doch sie begriffen nicht, was er meinte. Sie konnten sehen, dass es sich verändert hatte, dass seine Augen und seine Stimme etwas Wunderschönes ausstrahlten. Sie bemerkten, dass er nichts und niemanden mehr verurteilte. Er war nicht mehr der Gleiche. Er war nicht mehr wie alle anderen. Er konnte jeden sehr gut verstehen, doch niemand war in der Lage, ihn zu verstehen. Sie glaubten, er sei eine Inkarnation Gottes. Und er lächelte, als er dies hörte und sagte, Er hatte entdeckt, dass er ein Spiegel für den Rest des Volkes war, ein Spiegel, in dem er sich selbst sehen konnte. Jeder ist ein Spiegel, sagte er. Er sah sich selbst in allen Menschen, doch niemand von ihnen sah ihn ihm sich selbst. Und ihm wurde klar, dass sie alle träumten, doch ohne Bewusstsein und ohne zu begreifen, wer sie wirklich waren. Sie konnten sich nicht in ihm erkennen, da es zwischen den Spiegeln eine Wand aus Nebel oder Rauch gab. Und diese Nebelwand bestand aus der Interpretation von Bildern des Lichts, dem Traum der Menschen. Dann wusste er, dass er bald alles vergessen würde, was er gelernt hatte. Er wollte all die Visionen, die ihm beschieden waren, in Erinnerung behalten. Also beschloss er, sich selbst Smokey Mirror zu nennen, damit er immer wusste, dass die Materie ein Spiegel ist und dass der dazwischenliegende Nebel das ist, was uns davon abhält, zu wissen, wer wir wirklich sind. Er sagte, Was sie jetzt sehen und hören, ist nichts als ein Traum. Sie träumen genau jetzt in diesem Moment. Sie träumen mit wachem Geist. Träumen ist die Hauptfunktion des Geistes und der Geist träumt 24 Stunden am Tag. Er träumt, wenn der Verstand wach ist und er träumt, wenn der Verstand schläft. Der Unterschied besteht darin, dass es, wenn der Verstand wach ist, einen materiellen Rahmen gibt, der dafür sorgt, dass wir die Dinge nicht mehr haben.